Oh John, bereit? Hm, ich bin schon links drin, unterm Farmen. Ja, dann los. Hier, Attacke. Wir müssen das Ding hier verteidigen. Ach, sag das doch. Wir müssen den Saugau verteidigen. Scheiße, der ist schon fast back, ne? Ja, der ist weg. Wow. Okay. Fail. Da vorne ist noch einer. Warum aber erstmal eine Sicherheit ist irgendwo drum, oder? Ja. Erstmal hier Steine und sowas weg. Jetzt kann ich doch nicht mehr joinen. Hm? Ich kann nicht joinen. Okay. Du warst doch gerade eben noch bei uns. Ja, und dann habe ich einen Bug gehabt, der ich nicht joinen konnte. Dann muss ich in den Welt reingehen. Dann habe ich ihn rausgesetzt. Jetzt ist ein anderer, ne? Also, wir haben noch Platz. So. Vielleicht, äh... Nee. Ich kann nicht joinen. Ich schau doch, dein Ernst. Hm? Warum machst du eigentlich Holz? Warum? Weil das ist das, was ich als erstes harte gerade. Geht doch. Erstmal Trini in den Wahnsinn treiben. Bisschen. Aber nur geringfügig. Mann, 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 Mann. Schlimm mit dem Kerl, ey. Ah, okay, da geht's nicht, alles klar. Sind Spoilers in deinem Chat erlaubt? Wie Spoiler? Ja, wenn nicht das Spielgeschehen Spoiler, weil der Stream hängt ja immer einen kleinen Tick ins... Nein, ist nicht erlaubt. Schade. Naja, äh, wollte ich eh nicht machen. Ja, ja, ist klar. So, dann? Ja, warte. Oh, Sekunde mal kurz. Was war das? Was war jetzt das hier? Flasche. Ohohoho. Was ist denn? Da ist doch einer. Bin hier gar nicht beschäftigt. So. Oh, genau das wollte ich nämlich. Ach, Dach bauen, ne? Da ist aber viele Schüsse daneben gesessen. Ich bin halt nicht so der Schütze wie ihr. Frag mich mal, wie viel ich daneben hau. Ja, aber das sieht man ja nicht. Wow. Ich hab's ja auch nicht gesagt, ey. Da hinten ist der Atlas. Och, das sind wieder zwei. Und die stehen wieder beide auseinander. Hier auch nicht. Ja, der ist das in dort. Hmm, 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 hmm. Hmm. Mal ein bisschen verbessern hier. Okay, ich aktiviere nochmal. Ach, ernsthaft? Von oben? Ihr Schweine? Das sind ja Drecksfiecher. Na toll. Jetzt lasst mich doch irgendwie raus, Mensch. Okay, hat wohl gefunst. Dann laufe ich mal rüber und erkundet die Atlase und dann kann ich gleich schon mal... ...und hallo Slotta. Schönen guten Abend wünsche ich dir. Okay. 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 Wie geht's denn, Slotta? So. So. Das geht halt. Die stehen aber relativ gut zusammen. Muss ich sagen. Mhm. Das ist halt die Letzten. Ja, die stehen so in etwa so zusammen wie es mit Muggi schon hatte. Ja, das ist aber auch nicht viel schwerer als mit beiden. Ja. Ah, die stehen, also ich finde die stehen super, weil du hast hier noch einen Abgrund, das ist nice. Wow. Du machst die Kleiden. Du machst die Kleiden. Wow. so wie dazu ich hab den laser typ nicht gesehen der da rumfasert ja ich würde sagen läuft ich komme gerade aus dem linksmodus nicht mehr raus ja ja das war ja nice gg ja so fällt man in der runde gg dazu oh mein gott doch da oben ist nicht kaputt machen nicht kaputt machen ok ruhe ganz oben ja Hmm, okay. Ja. Braucht mir Weg. Läuft. Hab ich doch richtig geguckt. Silberne Maschinenpistole. Okay. Braucht keine Sau. Jetzt kriegt ihr das Scharfauge. Wie das Scharfauge? Ich mähe doch hier nicht rum. Das Scharfauge. Wie Scharf. Wie Messer. Gegenteil von mir, so. Messer. Wer ist denn mir? Kenn ich den? Ich bin mir. Okay, der andere ist raus. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft jetzt. Ich hab aber öffentliches Game. Das heißt, theoretisch müssten eigentlich welche nachjoinen können. Ah, Mucki ist da. Ich kann jetzt nachjoinen. Oh, sehr schön. Endlich jemanden, der was auf die Reihe kriegt. Ähm. Von Tridi lieb oder was? Mit dem was? Im Gegensatz hat Tridi natürlich. Wow. Ich hab mich auch lieb, danke. Pff. Das war ein Zug auf, äh, den Random, der gegangen ist, ne? Äh, Pü. Ja, klar. Warte, er lügt. Jetzt werd ich ja noch nicht benötigt, was ich glaub's hackt. Ja, ich hacke ja die ganze Zeit hier, also von daher. Das ist schon wieder diese komische Quest mit dieser Antenne. Also wenn Evie vorher fertig ist vor uns, kann er ja immer nur joinen. Theoretisch könnte er einfach reinjoinen, na? Ich hab auch schon wieder Rucksack voll, ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, diese Cracker, ne? Ich habe 32 Ice Cracker. Ja, die sind ein bisschen nervig, die Dinger, allerdings. Und da sind noch diese kleinen, weißt, die springen. Du kannst sie nicht mal mehr wiederverwerten, die Scheiße. Äh, okay. Oh, Mann. Mach ich durch. Ich brauch schon wieder 3 Silber, verdammt. Na ja, gut. Kann man jetzt machen. Wir können froh sein, dass unsere Pickaxe nicht kaputt geht. Ja, meine Waffe ist leider fast kaputt, das ist das Problem. Ja, meine legendärische, ähm, Gewehr auch. Oh, du bist tödlich und wunderschön. Du bist tödlich und wunderschön. Läuft. Ja, das wusste ich schon gar nicht wirklich. Teddy! Oh-oh. 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 Noch mehr ist klar. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017